Hallihallo meine Lieben und herzlich Willkommen zurück zu Fahrenheit. Agatha, du gutes Stück. Agatha? Agatha, ich bin's! Lukas! Warum hab ich das Gefühl, dass die tot ist, die Alte? Wer ist da durchs Fenster raus? Hallo? Ich brauche Ihre Personalien, um den Anruf aufzunehmen. Hallo? Die Polizei wird in wenigen Minuten eintreffen. Hören Sie mich da? Agatha! Wir müssen hier weg? Sie ist tot. Sie wurde umgebracht. Ja, wir müssen... Sie konnte mir als einzige helfen. Sie wusste als einzige Bescheid. Vielleicht hat sie etwas hinterlassen. Oder irgendwo eine Antwort versteckt. Ich muss ganz schnell die Wohnung durchsuchen, wovon die Polizei eintrifft. Was führt Sie her, junger Mann? Sagen Sie, wie sieht Ihr Käfig aus? Vielleicht irgendwas in den Käfigen? Ach Gott, ich bin ganz nervös. Hey! In diesem Käfig liegt ein Stück Papier. Mist. Die Tür ist fast zerschlossen. Ich muss den Schlüssel oder einen Gegenstand finden, um sie aufzubrechen. Nee! Jetzt geh auf! Ich geh kaputt hier. Ja, das Messer geht. Komm! Mach doch hin! Ja! Greif doch einmal selber da rein. Muss ich denn immer alles anweisen? Ein Zeitungsartikel aus dem Jahr 1928. Warum wollte Agatha, dass ich das lese? Wollt jetzt nicht zu Hause amazed? Ich komm hier nicht raus! Oh, scheiße, ey. Bitte nicht. Flüchten, schnell. Mach! Hier ist die Polizei. Ist da jemand? Oh Gott. Ich bin auf dem Boden. Laundry? Oder was soll er? Ist schon geschlossen, tut mir leid. Ich brauche nicht lang. Schon wieder das Mädel. Na, scher dich weg. Okay, da wären wir. Alle in Position. Verstanden. Ich geh zuerst rein. Du deckst mich. Okay. Wow. Was? Scheiße. Was ist das denn? Vorsicht. Ich check die Türen. Was? Verdammt. Der ist erstmal weg. Was ist denn hier mit der Bude passiert? Er rennt über die Straße. Was soll ich tun, Carla? Ihn stoppen. Wir kommen. Verstanden. Wir rennen über die Straße? Was? Oh nein. Es ist erneut geschehen. Jemand ist im Waschsalon gestorben. Ich habe es gesehen, als wäre ich dort gewesen. Agatha ist tot. Wer verrät mir nun, was hier gespielt wird? Was? Woah. Was? Stopp oder ich schieße. Keine Bewegung. Keine Bewegung. Keine Bewegung. Keine Bewegung. Ja, ich bin selbst überrascht. Jetzt kommt ein Zug. Fünf Männer im Krankenhaus, vier Polizeiautos Schrott, ein Hubschrauber, der fast über unseren Köpfen explodiert und der Typ, der verschwindet in der U-Bahn und geht uns durch die Lappen. Ich hoffe, dafür haben Sie eine angemessene Erklärung. Es ist alles ganz anders gekommen als geplant. Die Operation war genau nach Vorschrift vorbereitet worden und alle waren an ihrem Platz, aber Kane verfügte über... anormale Fähigkeiten. Was wollen Sie mir eigentlich weismachen? Dass dieser Typ Superman ist? Meinen Sie das? Und Sie glauben wirklich, das kaufe ich Ihnen ab? Chef, wir sind Profis. Wäre das ein ganz normaler Typ, hätten wir den schon längst eingebuchtet. Wir unterschätzten ihn. Er ist viel gefährlicher, als wir dachten. Ihre fadenscheinigen Ausreden können Sie sich sparen. Wenn die Presse spitzkriegt, dass Kane uns entwischt ist, werden die mich in Stücke reißen und dem Rathaus wird man meinen Kopf fordern. Also, was haben Sie jetzt bitte schön vor? Haben Sie eine Spur? Kane's Foto hängt bald in jedem Polizeiwagen, Bahnhof und Flughafen. Wir werden jeden Zentimeter seiner Wohnung durchsuchen und seine Bekannten verhören. Er kann sich nicht ewig verstecken. Ich will hier alle verfügbaren Männer im Einsatz sehen. Verstanden? Ich will, dass Kane wieder in 48 Stunden das Handwerk gelegt wird. Ganz egal wie. Ich will diesen Geisteskranken hinter Schloss und Riegel sehen, bevor noch jemand von ihm aufgeschlitzt wird. Und jetzt raus hier! Hm. Carla, ich hab dich schon gesucht. Wir haben Cains Abdrücke in einer Wohnung gefunden, wo die Leiche einer alten Frau lag. Toll. Das ist nicht alles. Gestern Abend geschah in einem Waschsalon ein Doppelmord. Eins der Opfer starb an Messerstichen in der Herzgegend. Garret ist schon vor Ort. Er wartet auf dich. Lucas! Lucas! Okay, weg. Ist das vielleicht Agathe? Ja. Agathe? Agathe, sind Sie es wirklich? Ich dachte, Sie seien... Tod? Na ja. Ich versprach doch, Ihnen alles zu erklären. Und ich breche nie mein Wort. Hören Sie gut zu, Lukas. Die Zeit ist sehr knapp. Sie sind weder verrückt, noch ein Mörder. Sie waren nur zur falschen Zeit am falschen Ort. Warum gerade ich? Warum wollten Sie diesen Mann töten? Reiner Zufall. Irgendwer musste irgendwen töten, damit sich die Schlangenmünde öffnen. Sie sind weder der Erste, der für dieses Ritual ausgewählt wurde, noch werden Sie der Letzte sein. Aber wer hat mich diesen Mord begehen lassen? Wer hat sich im Restaurant zu mir an den Tisch gesetzt? Niemand kennt seinen wahren Namen. Man nennt ihn das Orakel. Er dient den Mächtigsten der Mächtigen. Sie agieren im Schatten, aber regieren die Welt bereits seit Menschengedenken. Sie kommen. Sie fliehen Sie, Lukas. Sie wollen Sie töten. Queschnitlan. In der alten Maya Zivilisation. Das kann Ihnen einiges erklären. Agatha? Agatha! Oh, schon wieder. Oh, schon wieder. Oh, schon wieder. Das ganze Mikrofon wackelt hier, ey. Boah, ist das anstrengend gerade. Alter. Ich kann nicht mehr. Boah, nee. Ich habe doch keine Krabben mehr. Ui. Ui. Lukas. Lukas, wach auf. Was machst du hier? Was ist los? Die Polizei sucht mich. Ich konnte hier entkommen. Ich irrte umher. Ich wusste nicht, wohin. Also kam ich hierher. Mein Gott. Diesmal musst du dich aber wirklich stellen, Lukas. Es gibt keinen anderen Weg. Ich stelle mich erst, wenn ich weiß, was hier vorgeht. Ich habe Agatha wieder gesehen. Hier, gerade eben. Sie ist zwar tot, aber sie hatte mir etwas mitzuteilen. Ich glaube, sie will mir helfen. Agatha ist tot. Willst du etwa sagen, du? Nein, ich habe Agatha nicht getötet, Markus. Sie war bereits tot, als ich eintraf. Aber du sagst, du hast mit einer Toten gesprochen. Das ergibt alles keinen Sinn. Etwas Seltsames passiert mit mir, Markus. Seit dem Mord gelingen mir unnatürliche Dinge. Ich habe Visionen bestimmter Vorfälle, bevor sie sich ereignen. Manchmal höre ich selbst, was Leute denken. Ich bin viel schneller und stärker geworden. Solche Fähigkeiten gibt es nicht. Du verwandelst dich nicht in einen Supermann, Lukas. Und was willst du nun tun? Hier kannst du nicht bleiben. Die Polizei wird mich sicher verhören kommen und mich sicher auch beschatten lassen. Ich muss mir ein Versteck suchen. Ich werde gesucht. Und zwar sicher bald Versteckbrief. Zumindest weiß ich nun, dass es eine Erklärung gibt. Ich muss aufdecken, wer genau dahinter steckt. Sei vorsichtig, Lukas. Sie bringen dich um, wenn sie können. Nichts könnte schlimmer sein, als das, was ich in den Visionen sehe. Lukas hat den Verstand verloren. Ich schütze einen Mörder. Aber soll ich etwa meinen Bruder verraten? Woher? Sag mir, was ich tun soll. Kann er nicht Asyl? Minus 5 Grad Fahrenheit. Es wurde mit jedem Tag kälter. Die ganze Stadt schien von dem Schnee wie betäubt zu sein. Aber noch machte sich niemand Sorgen. Fahrenheit. Ja. Ich wusste die ganze Zeit, mir kam das bekannt vor. Und das ist... Geh schon mal rein, Tyler. Ich frage erst mal Garrett, ob er schon was weiß. Tyler. Ist mir recht. Bei dieser Kälte hier draußen kann ich eh nicht denken. Geh schon mal rein, Tyler. Wie bist du hier? Du stehst hier noch rum, wa? Ah, ich hab schon gewartet, Carla. Also, was war hier los? Der Typ, der den Waschsalon führt, hat die Leichen heute Morgen gegen 5 Uhr gefunden, als er aufschliessen wollte. Er kriegte die Tür nicht auf und spürte, dass sie von innen blockiert war. Er sah die beiden Leichen durchs Fenster und hat die Polizei gerufen. Was wissen wir über die Opfer? Der Mann hieß José López. Er arbeitete hier und sollte gestern Abend zuschliessen. Die Frau hieß Anita Martinez. Sie kann regelmäßig hier ihre Wäsche waschen. Ob Kane was damit zu tun hat? Die Frau starb an drei Stichen mitten in die Herzgegend. Und zwar an einem öffentlichen Ort und ohne offensichtliches Motiv. Und da fragst du dich noch? Danke, Garrett. Achso. Kannst du jetzt? Nee, du kannst nicht mit mir reden. Ich will noch ein oder zwei Sachen prüfen. Komisch. Wieso ist hier Blut? Gucken wir mal. Gucken wir mal. Drei oder vier Stichwunden in der Herzgegend. Wie beim Restaurantopfer. Würde mich nicht wundern, wenn die Autopsie eine Durchtrennung der Arterien feststellt. Haben wir hier noch was? Hast du das Blut hier gesehen? Ja, hab ich. Und was schließt du daraus? Dass der Mörder blutete, bevor er sein Opfer erstach. Genau wie im Toilettenraum des Restaurants. Ein Messer im Auge. Da muss der Tod wohl augenblicklich eintreten. Seltsam. Seine Handgelenke sind aufgeschlitzt. Sieht aus wie ein Symbol. Eine Schlange. Eine Schlange mit zwei Köpfen. Ja, was hat er zu... Er sieht da nichts drinne. Kann auch nicht mit ihm reden. Armes Ding. Sie wurde von vorne erstochen. Sie hat ihre Mörder noch im letzten Moment ins Auge geblickt. Es tut es noch. Sie hatte wohl keine Zeit mehr zu wählen. Schade. Ein Zeuge wäre äußerst hilfreich gewesen. Das Messer steckt in seinem Auge. Das muss verdammt wehtun. Gehen wir. Ich habe genug gesehen. Was sollten wir hiervon halten? Hatte der Typ erst die Frau und dann sich selbst umgebracht? Das klang zwar absurd, aber eine andere Erklärung hatten wir nicht. Kane war wohl kaum in den Mord im Waschsalon verwickelt. Trotzdem musste es zwischen den beiden Morden eine Verbindung geben. Tiffanys Wohnung. Ich wusste nicht wohin. Ich war erschöpft und fürchtete, schon bald entweder an der Kälte oder vor Hunger sterben zu müssen. Ich hoffte, für ein paar Stunden in Tiffanys Wohnung Ruhe finden zu können, um neue Energien aufzutanken und zu entscheiden, was nun zu tun war. Ich war erst einmal in ihrer neuen Wohnung gewesen und erinnerte mich nur vage, wo sie genau lag. Aber ich war mir sicher, dass ich mich in der richtigen Straße befand. Naja, wo kann das denn sein? Naja, wo kann das denn sein? Naja, wo kann das denn sein? Gute Frage. Könnt ihr in ein Nachbarhaus reingehen? Komm, als Kind hatten wir das doch schon geübt. Da ist schon wieder eine Krähe. Aber wie? Ich kann hier das Rohr hoch? Im Ernst? Ach nö, echt jetzt? Okay. Okay. Ach, das schaffe ich doch niemals. Wie soll ich das denn schaffen? Nein! Wie? Hä? Hä? Doin doin. Damit endet meine Geschichte. Ich werde nie erfahren, was an jenem kalten Januarabend im Restaurant im East End wirklich geschehen ist. Denn in den Augen meiner Umwelt habe ich nur das bekommen, was ich verdient habe. Na gut Leute, ich muss eh Schluss machen und ich sag schon mal tschüss, bis zum nächsten Mal. Okay. Okay.